Wer wird Millionär? Bist du bereit? Ja. Sind sie nervös? Das ist die richtige Antwort! Limmel! 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 Ärzte und Anwälte schaffen keine 16.000 Rupien. Er hat schon 10 Millionen. Woher soll ein Slumdog das alles wissen? Ich bin in der Show, weil ich gehofft habe, sie würde zuschauen. Sie ist mein Schicksal. Schau mal! Lassika! 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 Lassika!